Herr Spürer. Der Führer. Wenn Sie mit ihm sprechen. Er wird sicher auf die Frage eingehen, ob wir hier in Berlin bleiben oder nach Berchtesgaden fliegen sollen. Sie werden ihm doch zureden, abzufliegen, Herr Spürer. Hör doch auf Sie. Überzeugen Sie ihn, Herr Spürer. Wenn er Berlin nicht verlässt, ist es aus. Die Bolschewiken werden uns allen den Hals umdrehen. Ja.